Hallo, mein Name ist Guido Hornig. Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben, was Sie bei Wachmacher-Präsentationen im Online-Kurs denn zu sehen kriegen, wenn es mal richtig losgeht. Bisher kennen Sie ja nur den Anfang, die Einleitung, aber da ist natürlich noch viel mehr und das möchte ich Ihnen kurz mal als Überblick vorstellen. Ich bin also jetzt zum Kurs und scrolle einfach mal runter für mich als Administrator. Da sind natürlich alle Sachen eingeschaltet, die Sie erst viel später zu sehen kriegen. Also das ist jetzt so ein bisschen ein geheimer Blick hinter die Kulissen. Wir haben also eine Aufgabe für Sie vorbereitet. Es gibt einen Bereich Prezi. Wir werden uns intensiv mit Audacity oder Audacity beschäftigen. Damit können Sie Tonaufnahmen machen, Powtoon. Dafür gibt es einen Blog. Und wenn Sie sich schon mal einen kostenlosen Probe-Account besorgen, können Sie da auch Comics erstellen, Comic-Filme. Dann geht es weiter mit Stop-Motion-Video. Da haben wir Ihnen auch schon ein Beispiel gezeigt. Da wird es noch mehr geben und ein paar Anregungen und Hilfsmittel lernen Sie kennen. Vielleicht geht es sogar mit dem Handy. VideoScribe stellen wir Ihnen vor. Da gibt es leider nur sieben Tage Übungsversion. Zu PowerPoint können wir etwas sagen. Dann gibt es noch einen geheimen Trainerbereich, den wir Ihnen nicht zeigen werden. Genau. Aber soviel erstmal zu dem kurzen Überblick. Das war es schon.